Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Herzlich Willkommen zu einem neuen Orakel. Und ja, heute drehe ich für euch ein Portal-Tag-Orakel und gleichzeitig ist heute auch Neumond im Löwen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was hier für Botschaften für euch liegen. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr habt die Hitze einigermaßen überstanden. Bei uns sind die Temperaturen jetzt wieder etwas gemäßigter. Ich persönlich finde das sehr gut. Große Hitze kann ich nicht so gut haben. Und ja, wie immer könnt ihr euch hier zwischen zwei Stapeln entscheiden, links oder rechts. Ich habe das hier aufgeteilt, einmal in die allgemeine Ebene. Und hier unten geht es um den zwischenmenschlichen Bereich, um Liebe, Partnerschaft, Freundschaft, Familie. Wir werden gleich sehen, was sich hier zeigt. Und ihr könnt diese Stapel für euch beide auswählen. Genau. Ihr könnt beide Stapel für euch auswählen. Ihr könnt hier unterschiedliche Themen belegen, unterschiedliche Personen. Wie immer ihr euch das wünscht, welche Fragen ihr beantwortet haben möchtet. Hört einfach auf eure Intuition. Die ist da der beste Ratgeber. Ich bin auch schon sehr gespannt, was hier liegt. Der Neumond ist ja meistens eine Zeit des Neubeginns und ja, der neuen Möglichkeiten. Und gleichzeitig ist eben ein Portal-Tag. Das könnte sein, dass hier wirklich jetzt neue Möglichkeiten, neue Tore für uns aufgehen, für euch. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich beginne hier jetzt mit der linken Seite. Ich hoffe, ihr habt euch entschieden. Wenn nicht, halte das Video kurz an. Ansonsten beginne ich dann jetzt mit dem Orangen. Kyle zieht hier auf der linken Seite. Und wir schauen mal. Ich sage euch auch, mit welchen Karten ich gearbeitet habe natürlich. Hier einmal mit dem Map-Orakel-Set. Dann einmal die Engel für jeden Tag. Ja, doch. Die Engel für jeden Tag. Und mit dem Lebens-Orakel der Engel. Diese Karten deutlich meist ein bisschen weiter. Aber hier kann auf jeden Fall auch immer ein Tipp für deinen beruflichen Weg liegen. Oder ein Tipp für welches Berufsfeld du dich entscheiden kannst. Wir schauen gleich mal, wie sich das hier einfügt. Und ich beginne mit der Map-Karte. Und da kommt für dich die Nummer 26. Der Winterschlaf. Das ist ja sehr passend für die jetzige Jahreszeit. Naja, aber man sieht hier auch den Löwen, der wiederum sehr gut zum Neumund im Löwen passt. Ja, für dich scheint jetzt hier erstmal eine Zeit der Ruhe angesagt zu sein. Also, ja, diese Karte ist jetzt für die Jahreszeit wirklich ungewöhnlich. Aber es scheint jetzt hier für dich nicht die Zeit zu sein, nach vorne zu preschen. Sondern dich zu regenerieren. Ein bisschen auszurufen. Es dir vielleicht auch gemütlich zu machen, wenn du kannst. Und hier mal die Seele baumeln zu lassen. Vielleicht hast du auch ein Projekt, mit dem du gerade oder eine andere Aufgabe oder ein Vorhaben, mit dem du sozusagen schwanger gehst oder dass du ausbrütest. Dann sagt dir diese Karte, dass du jetzt auf jeden Fall noch eine Zeit lang träumen darfst und dich ausruhen sollst. Und naja, dass jetzt mit diesem Neumund für dich erstmal keine Aktivität unbedingt erforderlich ist. Im Gegenteil. Weil diese Karte rät dir dazu, dich auszuruhen. Also, wie die Tiere im Winterschlaf eben Kraft sammeln und sich regenerieren. So solltest du das jetzt auch handhaben. Zumindest bis zum nächsten Vollmond. Ungewöhnlich. Damit hatte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Ja, wie gesagt, schön finde ich, dass hier auch der Löwe aufgetaucht ist. Passend zum Löwe-Neumond. Vielleicht bist du auch Löwe oder Feuerzeichen. Also Schütze oder Widder. Und ja, die Zahl 26 könnte für dich auch noch wichtig sein. Ja, also für dich jetzt erstmal eine Zeit der Ruhe und des Träumens auch. Vielleicht hast du im Moment auch gar nichts Konkretes. Sondern hast vielleicht auch Urlaub. Ja, und kannst dich jetzt ein bisschen ausruhen und entspannen. Und dann sagt dir diese Karte, dass das jetzt für dich auch genau richtig ist. Und dir besonders... Ja, dir besonders... Entschuldigung. Helfen wird, dich jetzt nochmal ganz neu aufzustellen. Und ja, dass es dir jetzt besonders leicht fällt, Kraft zu tanken. Das war es, was ich sagen wollte. Genau. Ja, also dir quasi deine Löwenkräfte jetzt eher aus der Ruhe und Regeneration zu holen. Denn ich sehe hier auch noch ein Gewässer. Also eventuell bist du auch gut beraten, wenn du dich jetzt ans Wasser begibst. Wie gesagt, vielleicht machst du gerade Urlaub am Wasser. Oder hast einen See in deiner Nähe oder einen Fluss. Oder du gehst gerne baden oder schwimmen. Auch das könnte dir jetzt helfen. Aber halt auch nicht im Sinne von jetzt wie wild Sport zu treiben, Wassersport. Sondern eben eher diese Zeit als Ruhepause wahrzunehmen. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Ich bin gespannt, was hier noch kommt. Wir machen mal weiter. Die Francesca kommt hier zu dir und sie sagt, was wünschst du dir jetzt? Visualisiere es und es wird sich erfüllen. Negativität wird deinen Fortschritt behindern. Ah, okay. Also geht es hier vielleicht für dich wirklich sehr ums Visualisieren, Manifestieren und Träumen. Dass du dir jetzt vielleicht auch nochmal die Frage stellen darfst, was wünschst du dir eigentlich im beruflichen Bereich oder auch im Hobbybereich oder wo auch immer jetzt gerade deine Gedanken verstärkt hingehen. Also was möchtest du hier erreichen in deinem Leben? Dir auch mal die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, darüber zu träumen. Und ja, die Negativität könnte sich auf dein Gedankenfeld beziehen. Dass du eventuell in letzter Zeit sehr negativ warst oder hier schon länger versuchst, negative Gedanken musst du aufzulösen. Und ja, das kann dir jetzt leichter gelingen. Du kannst dir das natürlich auch wünschen zum Beispiel, ja, also von deinen Engeln, von Gott, vom Universum, dass deine Gedanken jetzt in eine positive Richtung gehen. Dabei hilft natürlich auch Meditation, Yoga, was immer du da praktizierst für dich. Natürlich, da möchte ich dir auch gar nicht reinreden und ich habe hier keinen konkreten Hinweis darauf, was dir helfen könnte, außer das Visualisieren, ja, also das Vorstellen von positiven Ereignissen. Und ja, das ist jetzt im Moment für dich hier auf jeden Fall eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr stille Zeit auch, ja, in der du vielleicht eher nach innen schaust und guckst, was möchte ich? Und versuchst, das auch wirklich positiv zu visualisieren. Ja, und die Francesca hilft dir dabei. Also wenn du möchtest, kannst du die auch anrufen. Ansonsten ist diese Botschaft eben für dich ausschlaggebend, dass es jetzt hier auf jeden Fall um deine Wünsche und Träume geht, die du jetzt erstmal überhaupt in dir auftauchen lassen darfst, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Stapel hier, diese Reihe auch besonders die Menschen anspricht, die noch gar nicht genau wissen, was sie sich eigentlich wünschen in ihrem Leben und wo genau ihre Träume eigentlich sind oder liegen. Und ja, dann macht ihr da keinen Stress und macht ihr das vielleicht auch nicht selbst im Vorwurf, sondern nehmt ihr jetzt einfach die Zeit oder zumindest immer mal wieder die Zeit jetzt in den nächsten zwei Wochen wirklich zu träumen und zu gucken, okay, was möchte ich denn, wenn ich mal alle Anforderungen von außen beiseite lasse, alle fremden Stimmen, alle fremden Ratschläge, was ist eigentlich, was möchte ich eigentlich, was ist gut für mich, was bringt mir Freude? Wir gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen Konkreteres bekommen. Oh ja, da kommt die Musik. Deine Verbindung mit Musik ist heilend für dich und andere. Okay, also vielleicht sind einige von euch Musiker, spielen ein Instrument, singen oder geben auch Musikunterricht oder spielen mit den Gedanken, sich eventuell Musikunterricht geben zu lassen. Das könnte dir dann jetzt im Moment auch wirklich helfen, aber auch hier dann, ne, mach das nicht zu sehr mit Druck, sondern versuch das zu genießen, diese Zeit. Falls du nicht selbst Musik machst, könnte es auch sein, dass Musik dich jetzt im Moment extrem inspiriert. Ja, also dass du vielleicht gerade viel Musik hörst oder jetzt in nächster Zeit viel Musik hören solltest. Eventuell entdeckst du auch neue, eine neue Musikrichtung für dich oder ein neues Stück oder einen neuen Musiker, eine Band, eine Musikerin, die dir besonders gefällt, die dich besonders inspiriert. Und es können natürlich auch immer wieder Botschaften in Songs enthalten sein, die dir so zu Ohren kommen, zufällig, ja, im Radio oder an Orten, in denen Musik gespielt wird. Da darfst du jetzt im Moment mal besonders lauschen. Ja, und wie gesagt, für alle, die eh schon Musik machen, da steckt auf jeden Fall sehr viel Heilung drin. Es gibt ja auch durchaus Musiktherapien, vielleicht denkst du auch über sowas nach. Dann ist das ja auch die Ermutigung, in diese Richtung zu gehen. Und ansonsten, für alle diejenigen, die schon musikalisch tätig sind, heißt diese Karte auf jeden Fall auch, ja, du bist auf dem richtigen Weg, mach das bitte weiter. Deine Musik heilt dich und auch andere Menschen. Ja, eine sehr verträumte Botschaft, finde ich, eine sehr ruhige Botschaft. Ist auch ein bisschen untypisch jetzt für die Löwezeit, würde ich sagen, aber es liegt hier, was hier liegt. Und ich möchte da jetzt auch nicht irgendwie was anderes reininterpretieren. Ich hoffe, du konntest hier ein bisschen was anfangen. Ich lasse dir das hier mal oben liegen. Und wir machen weiter hier unten mit dem zwischenmenschlichen Bereich. Und da fangen wir an mit den Engeln der Liebe von Doreen Virtue. Und schauen mal, was hier kommt. Die religiösen Faktoren. Dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Ja, das passt hier natürlich auch sehr schön zum Winterschlaf, ja. Also es könnte sein, dass deine Beziehung jetzt... Ah, da fällt mir ein. Das ist auch eine Botschaft dieser Karte. Dass eventuell auch deine Beziehungen jetzt so ein bisschen im Winterschlaf sind. Und diese Karte sagt, dass das jetzt auch so sein darf. Dass deine Beziehungen sich jetzt im Moment nicht großartig entwickeln müssen. Sondern, dass du hier auf jeden Fall erstmal auch schauen darfst, was du dir wünschst in Beziehungen zu anderen Menschen. Sei das jetzt in der Ehe oder in der Wunschpartnerschaft oder auch in Freundschaften oder in der Familie. Und die religiösen Faktoren sagen mir auch auf jeden Fall hier in Verbindung mit der Negativität, dass hier eventuell noch, ja, negative Glaubenssätze in dir schlummern. Die verhindern, dass du dich in deinen Beziehungen, wie gesagt, egal ob Freundschaft oder familiär oder romantischer Art, dass du immer wieder negative Gedankenmuster hast in diesen Beziehungen. Und dass du vielleicht glaubst, dass andere dich nicht mögen oder, naja, dich nicht so lieben, wie du bist. Und darum verstellst du dich vielleicht auch ein bisschen. Oh, das muss auch nicht für alle gelten, ja. Das kann für einige zutreffen, für andere auch gar nicht. Es kann auch wirklich sein, dass religiöse Faktoren eventuell deine Beziehungen stören. Dass du vielleicht Liebe als, ja, wie soll ich sagen, dass du bestimmte Bedingungen knüpfst an Liebe, weil du das so gewohnt bist. Dass du halt auch glaubst, dass du etwas Besonderes leisten musst, damit du geliebt wirst. Oder andersherum, dass andere etwas Bestimmtes vorweisen müssen, damit sie von dir geliebt werden. Es kann aber auch einfach sein, dass du im Moment ein spirituelles Wachstum durchlebst, ja. Und dich darum einfach ein bisschen schonen musst und ausruhen musst. Und darum jetzt deine Beziehungen hier ein bisschen auf Eis liegen. Das heißt natürlich nicht, dass sie vorbei sind oder dass sie sich nie wieder weiterentwickeln. Auf keinen Fall. Aber dass sie vielleicht im Moment eher in einer stilleren Phase sind, ja, in der sie sich vielleicht scheinbar nicht weiterentwickeln. Aber wir kennen das alle, dass man eventuell nach einer Pause in einer Beziehung oder auch in einer Freundschaft durchaus feststellt, dass der andere sich verändert hat oder dass man sich selbst auch stark verändert hat. Und dass diese Pause einfach nötig war für beide Parteien. Aber entschuldigt bitte, meine Stimme ist immer noch nicht wieder ganz auf der Höhe, obwohl ich jetzt zwei Wochen lang Urlaub gemacht habe. Aber naja, ich gebe mein Bestes. Bitte seht es mir nach. Fällt mir hier noch was ein. Ja, mit den religiösen Faktoren kann es hier auch immer wieder um karmische Beziehungen gehen, ja. Also, dass du eventuell einen karmischen Partner hast oder einen karmischen Wunschpartner oder eine Freundschaft oder familiäre Beziehungen hier karmisch belastet sind. Und naja, dann brauchen diese Beziehungen erfahrungsgemäß viel Zeit und viel Verständnis von beiden Seiten, damit diese Beziehungen entweder gelöst werden können oder gelebt werden können. Eins von beiden oder eventuell auch beides, je nachdem in welcher Situation du steckst. Ja, auf jeden Fall geht es hier um eine seelische Verbindung. Sehr interessant. Jetzt schauen wir mal in das Naturgeisteraurakel, was hier noch zu dir kommt. Ah, da kommt die Nummer 19. Verlagere deine Energie. Die spielt für mich auch wieder auf diese Karte an, ja. Also, eventuell hast du deine Energien auch zu sehr verstreut ins Außen. Das heißt, du darfst jetzt hier wirklich in nächster Zeit mit dem Winterschlaf zusammen und mit dieser Karte wirklich deine Energien auf dich konzentrieren, ja. Auf was, darauf, was dir gut tut, ja. Also, nähere dich im Grunde, wie Mutter Natur alle ihre Lebewesen nährt, darfst du dich jetzt selbst nähren und in den Vordergrund stellen. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Und, ja, du darfst auch negative Energie jetzt hinter dir lassen. Negative Gedanken, negatives Sprechen über dich zum Beispiel, auch über andere, ja, damit hier einfach ein frischer Wind reinkommen kann und auch wieder neue Energie für dich. Ja, ihr könnt mir auch gerne mal einen Kommentar da lassen, ob das hier für eure Situation passt, ob ihr euch vielleicht wirklich in letzter Zeit ein bisschen kraftlos gefühlt habt. Und, ja, ob ihr hier irgendwie d'accord geht und euch diese Botschaft eventuell auch freut, dass ihr euch jetzt mal ein bisschen ausruhen dürft. Ja, ich hatte eher mit mehr Energie gerechnet jetzt zum Neumond im Löwen, aber, ja, ich bin auch nur der Bote und die Karten kamen, so wie sie kamen. Ich bin gespannt, ob das für euch passend ist. Aber hier ist wirklich auch nochmal in Bezug auf die Beziehung, ne, verlagere deine Energie, konzentrier dich hier auf dich. Das ist das Beste, was du im Moment machen kannst. Gönne eventuell auch deine Beziehung einfach mal eine Pause, deinen Projekten, deinen Vorhaben, deiner Familie, deinen Freunden. Wenn du dich da im Moment wirklich auch zurückziehen möchtest, dann ist das jetzt genau das Richtige für dich. Ihr Lieben. Ich hoffe, ihr konntet euch hier ein bisschen wiederfinden und ich konnte euch eventuell auch ein bisschen die momentane energetische Situation erklären. Es kann auch sein, dass das für einige von euch nur auf den heutigen Tag zutrifft, ja. Es ist ein Portattag, an dem sich ja oftmals auch Menschen sehr schlapp fühlen. Dann ist das auf jeden Fall auch die Ermutigung dazu, jetzt bitte Piano zu machen, ja. Dann ruhe dich heute mehr aus, mach früher Feierabend, wenn es geht, oder schlafe aus, wenn es geht, geh früher ins Bett, ja. Je nachdem, in welcher Situation du bist, gönne dir auf jeden Fall heute Ruhe und achte insbesondere eben heute auf Musikstücke, die du hörst oder auch die du spielen möchtest, je nachdem. Ja, und für alle anderen, die hier in einem längeren Prozess stecken, gilt das für mich auf jeden Fall auch für die nächsten zwei Wochen bis zum nächsten Vollmond. Ihr Lieben, schön, dass ihr da wart, danke für euer Vertrauen, eure Zeit und wir sehen uns am 2. August wieder, da ist wieder ein Portattag. Bis dahin, macht es gut, ciao. So, ich hole mir die Karten hier mal weg. Und wir machen mit der rechten Seite weiter, mit diesem grünen Stein hier. Ich glaube, es ist ein grüner Achat. Und wir schauen mal, was hier für euch auf der allgemeinen Ebene so geht. Ich trinke hier nochmal einen Schluck. Und wir beginnen mit der Map-Karte von Colette Byron Reed. Und wir schauen mal, was hier für euch kommt. Ach was, die Nummer 12. Mit Ruhe und Beharrlichkeit. Ja, also dafür, dass ein Löwe Vollmond ist, war jetzt hier gerade links auch schon, liegt hier sehr viel Ruhe. Und ja, diese Karte sagt ihr eben auch, du darfst zwar jetzt, also im Gegensatz zur linken Seite, ist jetzt hier schon ein bisschen Aktivität angesagt. Aber auch diese Karte spricht davon, Dinge gelassen anzugehen. Zwar schon auch beharrlich, also dran zu bleiben bei dem, was du tust. Aber kleine Schritte zu machen, ein gemächliches Tempo vorzuschlagen, äh, vor, ähm, ja, also etwas in einem gemächlichen Tempo zu machen. Nicht, ähm, dich nicht stressen zu lassen. Ähm, eventuell auch, wenn es Streit oder Ärger gab, hier ruhig Blut zu bewahren, ja, nicht auszuflippen. Ähm, ja, und falls du ein ungeduldiger Mensch bist, der immer alles gerne schnell, schnell haben möchte, dann sagt diese Karte eben auch, ja, dass es im Moment eben besser wäre, alles ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Ein, äh, gemächliches Tempo, mein Gott, wie sagt man denn? Ein gemächliches Tempo einzuschlagen? Nein. Naja, aber ihr wisst, was ich meine. Also, äh, mit der Schnecke hier ist natürlich auch einerseits die Ruhe oder die, ja, Gelassenheit vielleicht auch, aber auch das langsame Vorankommen angezeigt. Das heißt, falls du im Moment das Gefühl hast, es geht alles nicht schnell genug, es geht nicht schnell genug voran, dann sagt dir diese Karte doch, doch, das, es geht schon voran, nur vielleicht nicht in dem Tempo, das du gerne hättest. Und, ja, lass deinen Flügeln hier ein bisschen Zeit zu wachsen, ja, es kann also gut sein, dass du hier etwas vorhast und planst oder auch schon in der Umsetzung bist, dann mach bitte weiter damit, bleibe beharrlich, bleibe dran. Mach jetzt keine Pause oder Urlaub, sondern bleibe dran, also zumindest auf längere Sicht in den nächsten zwei Wochen, weil es natürlich nicht heißt, dass du mal einen Tag Auszeit nehmen darfst oder wenn du jetzt gerade Urlaubszeit hast, darfst du natürlich auch in den Urlaub fahren, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Was ich meine, du darfst jetzt hier auch gedanklich auf jeden Fall an einem Projekt dranbleiben, je nachdem, was jetzt hier bei dir gerade Sache ist, ja. Also im Grunde auch eine Karte, die sagt, du wirst Erfolg haben, wenn du hier jetzt ganz ruhig weitermachst, in einem gemächlichen Tempo beharrlich bleibst, dann wird sich diese Beharrlichkeit auszahlen und dich zum Ziel führen. Sehr, sehr schön. Vielleicht bist du auch ein sehr ästhetischer Mensch, komm hier so, mit der Schnecke, die auch für den goldenen Schnitt steht, das heißt für Proportionen, die als sehr angenehm angesehen werden, ja. Vielleicht bist du ein Ästhet, jemand, der gut mit Formen und Farben umgehen kann. Und ja, eventuell spielt die Nummer 12 für dich auch eine Rolle. Und ja, eventuell ist heute auch ein extrem stressiger Tag für dich, ja, ein Portaltag ist ja auch. Dann bedeutet diese Karte auf jeden Fall gerade heute, dich nicht unter Druck setzen zu lassen, dich nicht stressen zu lassen, ruhig zu bleiben und dein Ding durchzuziehen in deinem Tempo. So, egal, was andere sagen. So, dann schauen wir mal, was die Engel begleiten. Dein Weg oder Engel für jeden Tag? Mensch, ich schaue es nochmal nach, was die Engel für euch hier noch für eine Botschaft haben. Oh, da kommt die Fiona. Da du die Engel jetzt um Hilfe gebeten hast, öffne dich für göttliche Führung und Unterstützung. Du verdienst die Hilfe des Himmels. Ja, hier wird dir auf jeden Fall Hilfe zuteil. Und für diejenigen unter euch, die in letzter Zeit eben ein Wunschritual durchgeführt haben oder öfters mal mit ihren Engeln sprechen und um Hilfe bitten, dann wird diese Hilfe jetzt erhört werden. Und ja, eventuell dauert es ein bisschen länger, als du gedacht hast, aber die Hilfe ist unterwegs. Man sieht das ja auch, ja, dieser Engel ist schon auf dem Weg. Er hat hier eine Blume für dich. Also göttliche Hilfe und Unterstützung ist auf dem Weg zu dir. Du kannst dir das natürlich auch jetzt noch wünschen, weil du das nicht schon getan hast in der Vergangenheit. Und ja, es wird funktionieren, weil du verdienst es, ja. Du verdienst die Hilfe des Himmels. Also nimm sie auch in Anspruch. Sie kann dir wirklich weiterhelfen in deiner jetzigen Situation, dass du eventuell auch mehr Geduld aufbringst, dass sie hier Unterstützung zuteil widmen, mit der du nicht gerechnet hast. Und ja, die Engel machen dir auf jeden Fall Hoffnung, dich auf deine göttliche Führung zu verlassen und auf Unterstützung, die für dich kommen wird. Sehr, sehr schön. Und wir schauen mal in die Lebensaufgabe der Engel. Was kommt hier für dich? Ah, die Kristallen. Die können dich also auch unterstützen. Deine Verbindung mit Kristallen und Edelsteinen ist ein Kanal für heilende Energie. Die, ah, also diejenigen unter euch, die sich hier ohnehin schon zu Steinen und Kristallen hingezogen fühlen, werden es kennen. Ja, du, falls du damit noch nichts am Hut hast, dann sei dir hier vielleicht auch besonders die Arbeit mit einem Amethysten angeraten. Ja, hier sieht man das schön im Hintergrund, dieser violette Stein, lila Stein. Das ist für mich ein Amethyst oder mehrere Amethysten. Und der kann dir jetzt im Moment vielleicht auch helfen, hier die Ruhe und Beharrlichkeit beizubehalten oder zu installieren, falls du das noch gar nicht gemacht hast. Du kannst aber auch für alle anderen Lebensbereiche dir Kristalle heraussuchen und mit denen arbeiten. Die können dich unterstützen. Wenn du da mal bei Google schaust, findest du zu jedem Edelstein, zu jedem Stein, zu jedem Heilstein eine Bedeutung. Und das steht auch meistens in einer Tabelle dabei, wobei er dich unterstützen kann. Und ja, manchmal fördern diese Kristalle eben auch bestimmte persönliche Eigenschaften. Sie können dich aber auch beschützen, bestärken, etc. Ja, sie können dir auch wirklich mehr Ruhe verschaffen oder mehr Beharrlichkeit, falls du manchmal ein bisschen sprunghaft bist. Und die können dir hier Kristalle jetzt auf jeden Fall stark dabei helfen, dich mehr zu fokussieren. Du kannst sie auf der Haut tragen zum Beispiel, bei dir als Glücksbringer oder als Schmuck. Du kannst damit auch dein Wasser energetisieren. Da gibt es auch ganz wunderbare Anleitungen. Für alle diejenigen, die sich da interessieren, schaut doch mal. Und für alle, die sich damit auskennen, da muss ich dann nicht mehr viel sagen. Also deine Kristalle können dir jetzt im Moment wieder besondere Dienste leisten. Vielleicht macht es auch Sinn, die jetzt im Neumond noch mal neu zu laden oder zu aufzufrischen, zu reinigen vorher. Oder mit dem Licht des Neumondes. Da müsst ihr mal schauen, ob ihr da irgendwie euch hingezogen fühlt oder was für euch sinnvoll ist. Vielleicht nehmt ihr auch ein Bad mit euren Kristallen. Auch das kann jetzt auf jeden Fall hilfreich sein. Das mache ich immer ganz gerne zu Neu- und Vollmonden. Schaut da bitte mal, wozu ihr euch hingezogen fühlt. Falls du eine Lieblingsfarbe hast, auch da kann dir eventuell ein entsprechender Kristall auch eine Botschaft senden. Schaut da bitte mal. Sehr interessant. Wir machen weiter mit dem zwischenmenschlichen Bereich. Da sind bei euch zwei Karten herausgefallen. Ihr könnt euch jetzt hier für eine Karte entscheiden. Ihr könnt natürlich auch beide Karten nehmen, denn sie sind beide für den Stapel herausgefallen. Macht das bitte ganz intuitiv. Und ich beginne mal mit dieser Karte hier. Da kommt, lass dir von Freunden helfen. Bitte andere Unterstützung. Und nimm sie an. Das kann jetzt, wie gesagt, jemand im wahren Leben sein. Also ein Freund, Freundin, Partner, Familie, Mitglied. Oder auch ein professioneller Berater, ein Manager, ein Arbeitsfamilie. Ermittler, whatever. Und ja, es könnte auch sein, dass du eben, wenn du jetzt gerade jemanden um Unterstützung bittest, dieser Mensch eben auch für dich im romantischen Bereich interessant sein könnte. Also auch zum Beispiel ein Anwalt oder ein Sachbearbeiter etc. Irgendjemand, der dir Unterstützung gibt und dir hilft, könnte hier auf jeden Fall deine Gefühle in Aufruhr versetzen. Es heißt aber auch, wenn es in dieser Richtung für dich nichts gibt oder du da auch niemanden im Auge hast, dass du hier auf jeden Fall auch im Liebesbereich jetzt Unterstützung erhältst. Und du kannst natürlich auch immer deine Engel um Unterstützung bitten, wenn hier im Liebesbereich für dich gerade etwas sehr problematisch ist. Ja, dann lass dir bitte helfen von deinen Freunden, von deinen Engeln. Und gib die Hoffnung bitte nicht auf. Ich finde es auch ganz süß hier, wie dieser Engel hier so schaut. Ja, also du bist auf jeden Fall beschützt und unterstützt. Auch von der geistigen Welt. Wir schauen mal in die Zusatzkarte. Was kommt hier? Oh, die Verlobung haben wir hier. Dein Liebesleben erreicht eine neue Stufe der Hingabe. Ganz genau. Also, wenn du hier dir helfen lässt, vielleicht von Freunden und von deinen Engeln, dann kann dir dein Liebesleben eine neue Stufe erreichen. Sei das, dass hier ein neuer Mensch in dein Leben kommt oder auch eventuell ein alter Freund, eine alte Freundin, einen Wunschpartner, wie noch immer, den du jetzt um Hilfe bittest bei einem Projekt oder bei irgendetwas, was du vorhast, ja, falls du Hilfe benötigst, dann kann jetzt hier diese Beziehung, diese Freundschaft auf eine neue Stufe gebracht werden. Sehr, sehr schön. Ich hoffe natürlich auch, dass für diejenigen unter euch, die hier in einer Liebesbeziehung sind, die Verlobung winkt, ja, also dieses kann man nicht ausschließen mit dieser Karte, dass hier einige vielleicht einen Heiratsantrag bekommen und sich verloben. Für alle diejenigen, für die dieser Schritt jetzt auch einer quasi der Dritte vor dem Ersten wäre, heißt es, wie gesagt, halt oft, dass sich hier eine Beziehung vertieft. Es muss, wie gesagt, auch keine romantische Beziehung sein, es kann auch die Beziehung zu einem Familienmitglied andeuten oder zu einem guten Freund, zu einer guten Freundin, zu einem Arbeitskollegen, wie auch immer. Auf jeden Fall für dich hier im Moment eine Zeit der Unterstützung von außen und von oben. Wenn du hier beharrlich an deinen Dingen dran bleibst. Und auch die Kristalle sind ja nichts anderes als Unterstützung, ja. Also du hast hier, wie gesagt, wirklich viele Angebote, die dir gemacht werden oder Hilfe, die du nachfragen kannst und diese Hilfe wird dir gewährt. Wirklich schön. Ja, also solltest du hier mehrere Projekte im Anschlag haben, vorhaben, dann lass dir bitte auch helfen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und wenn du, wie gesagt, im Moment niemanden hast, von dem du glaubst, dass er dir helfen kann, dann frag Gott das Universum deiner Engel und es wird dir Hilfe zuteil werden. Sehr schön. Wir schauen zu guter Letzt in die Naturgeisterkarte. Was kommt hier für dich? Und noch die Nummer 14. Nochmal die Rückenstärkung, ja. Hier sieht man drei Frauen, die hier mit diesem Baum verwachsen sind. Das sind für mich auch so die drei Jahreszeiten, vier Jahreszeiten, die repräsentiert werden. Und hier halt auch nochmal, das sind doch vier Frauen, das macht Sinn, vier Jahreszeiten. Hier auch nochmal die Botschaft der Rückenstärkung, also Unterstützung. Du bekommst jetzt hier Leute, die dir den Rücken stärken, die dir helfen bei dem, was du vorhast, was immer du auch vorhast. Das ist wirklich super. Und mit den vier Jahreszeiten ist das für mich auch nichts Kurzfristiges, sondern hier können vielleicht auch neue Freundschaften entstehen, die Jahre halten. Und nicht nur ein paar Wochen oder Monate, sondern die wirklich dauerhaft sind. Es kann auch gut sein, dass es hier eine Gruppe von Frauen ist mit dieser Karte. Das passiert hier oft. Ja, dass du eventuell auch eine neue Gruppe von Menschen kennenlernst, eine neue Gruppe von Freunden, die dir jetzt hier weiterhelfen können. Sehr schön. Und dir dabei helfen, deine Ziele zu verwirklichen. Da drücke ich euch ganz fest die Daumen. Ich hoffe, ihr konntet euch hier ein bisschen wiederfinden und ich konnte ein bisschen Licht in eure Situation bringen, vielleicht auch. Oder Anregungen geben, wie ihr euch jetzt hier selbst auch helfen könnt oder eben euch helfen lassen könnt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da oder einen Kommentar. Ich interessiere mich immer für eure Geschichten. Und wir sehen uns am 2. wieder, am 2. August. Ein neuer Portal-Tag. Und bis dahin, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke für eure Zeit, euer Vertrauen. Macht es gut. Ciao. 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 Vielen Dank.